hey leute wassup moonboon hier herzlich willkommen zurück zu overwatch challenges die boon crew und ich wir stellen uns euren herausforderungen die uns gibt und wir haben noch eine herausforderung von xena übrig und zwar vertausche maus und tastatur hand sterbe nicht sterbe nicht öfters als fünf mal nicht und töte bzw es ist mindestens zehn zehn ja das ist das im leben nicht das geht ja doch doch ich muss erst mal ich mir erst mal ansteig hinsetzen ich muss erst mal meine maus wieder richtig hin machen von letztem mal ich pack ja nicht mal die maus in die linke hand zu nehmen wie soll ich damit spielen aber echt mal maus und tastatur hand also ich darf nicht die komplette maus und tastatur tauschen nur die hände nein das darf nicht du musst die hände tauschen über kreuz spielen das geht easy mal sterben und dann sehen was kills und rassist das geht doch gar nicht es gibt noch nicht mal wenn es richtig ist das schaffen wir schon jetzt nicht mal so negativ fünf mal sterben geht nicht mal wenn es richtiges game ist also ich habe die tastatur so ein bisschen angewinkelte 90 grad winkel dass meine rechte hand einfach gemütlich auf dem tisch liegt ja und die linke geht halt über die rechte und wo ist meine maus also machen wir das jetzt alle oder nur du mir egal wie ihr wollt alle also ich hab wieder so eine runde fliegen map ich kann mich nicht entscheiden ob ich die linke oder die rechte oder die rechte wenn wir das halt alle machen dann ist die challenge für ihn halt wirklich unmöglich ne ne dann lass mich mal alleine machen ich will das auch ausprobieren ja dann probier es ist mir doch egal das ist mir doch egal ihr könnt ja so so machen ich will das ist geil na habe ich voll den krampf in den händen ich kann nicht mal den helden auswählen mit der linke einmal fest dass ihr immer mit der falschen hand zockt ach du scheiße ohne das ist schon wieder mit zielen so komisch weil es jetzt wieder normal ist das ist alles klar das wird nichts das ist von allen von xenas challenges finde ich das jetzt die schwerste ja ich bin voll eingeschränkt ich kann mich nicht mehr gestalten das ist das ist ein triple mega mindfuck weil du das ist komplett vertauscht in deinen gehirnhälften das macht überhaupt keinen sinn was hier passiert vor allem du bist mit der tastatur voll überfordern und dann kannst du nicht mehr mit der maus etwas machen ja eben die tastatur überfordert mich schon und dann muss noch ziehen und da kann man jetzt auch noch runterfallen nein nein erst das opfer moon boot wir haben ein hand so random der der hell ist aus warum seid ihr beide runter ja ich kann mich nicht gescheit drehen mit der maus und dann laufe ich also komisch seitwärts ich komme nicht mal aus der tür raus rechts oben sieht man hat nur totenkopf und kein gegner ich brauche eine posi wo ich hinstehen und raketen ballern kann aber der harambe von denen da geht so in mein gesicht also es hat keinen sinn zu heilen harambe harambe dicks ab vor harambe ich stehe mich jetzt hier hin und schieße raketen leck schon allein präzise zu zielen mit links oh shit harambe hat mich gespottet ja man leck bin ich der boss oder bin ich der boss viel tode auch schon zwei oh shit ich darf ja nicht sterben oh nein das habe ich voll vergessen ich habe fünf goldmedaille oh fuck ich schieße halt immer gegen die wand ich habe schon vier vier eliminierungen und zwei tode wenn die quote beibehalten bleibt dann habe ich eine chance aber er hat gesagt ich muss normal spielen ahhh ok er hat mich angezogen oh god oh shit ich habe noch nicht mal geultet ich bin jetzt mal fünfmal gestorben oh nein oh shit ich kann mich nicht mal richtig hinstellen dass ich geradeaus ziehen kann ich kann mich nicht mal richtig hinstellen dass ich geradeaus ziehen kann ok jetzt wieder ein posi bringen spülen wir diese runde wieder normal ok lass mich mal in basketball oh gott ich komm nicht mal ich kann nicht mal wie wie oh ja so nein yeah ja ey das laufen wie kann man denn mit links ne maus bedienen du machst mir angst du machst mir angst sorry wir doing your challenge der ist jetzt drin und macht gar nichts mehr der bleibt einfach in der base jetzt habe ich gerade angst gehabt weil hier ein reefer sich nicht geblieben hat niemand spielen wir jetzt wieder normal oder ja spiel wortze scheiße ja die tracer schießt mich von hinten riefer hinten unten oh fuck meinst du sniper wäre auch lustig ich kann ja spielen was ich will das kann interessant werden also wenn ich jetzt nächstes mal sterbe schwitze ich auf sniper schwitze ich oh no moment bin ich einfach nur auf fuck ach komm ich ja weg moment bin ich einfach ein stationärer raketen werfer dahinten im weg stehen ja 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 der halb tot ist er bekommt nein bin ich jetzt schon fünfmal gestorben ja genannt ist gelaufen obwohl nicht öfters als fünfmal und ich bin jetzt fünf mal das heißt ich darf keine sechsmal sterben ich gehe jetzt nicht auf schneider ich will jetzt weitermachen ich sehe chancen noch fünf kills hinzukriegen schaffe ich ich bin guter oberwärtsspieler gute fahrer fach seid alle tot ja wieder ein ich kann ja nicht mal laufen drei und da kommt ein reaper Da springt er vor mich. Es war schon wieder so schwer, den Q-Knopf zu drücken für den Ult. Okay, ich bin sechsmal gestorben. Das war's. Schade. Aber ich hab sechs Kills. Das ist gut. Bis jetzt. Wenn ich noch mal voll reinkomme. Ja! Ja! Ich hab ja ein Tracer. Nice. Nachladen. Wo kommt jemand? Wo kommen sie? Wo kommen sie? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Da, Harambe! Ah, ah, ah! Ah, Harambe! Going down. Wenn ich jetzt zwei Kills noch, dass ich mein Killsiel erreicht hab. Nice! Ah, ich stehe in der Ecke und kann mich nicht bewegen. Verfick das Scheiße nochmal an! Meine Herzen rutscht mir auch vom Kopf. Nein! Nein, haltet's ja auf! Ich brauch noch Kills! Wie viel? 11! Acht! Noch zwei! Nein! 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 Knappes Ding! Ich hätte nur zweimal weniger sterben müssen und zweimal mehr töten müssen! Wir hätten auch nur gewinnen müssen! Nein! Nein! Das stand nicht in der Challenge! Das war unser random! Der hat uns noch ein bisschen gezogen hier raus! Oh, leck! jetzt muss ich erstmal also ja, und der random kicken Abroad jetzt ist meine Maus voll komisch hier okay na gut gibt's Punkte ja hab ich ein Highlight nee das hätte mich jetzt auch gewundert okay das waren die ersten Overwatch Challenges hier von Xena es hat mir sehr viel Spaß gemacht euch auch, oder? ja ja, hat abgefuckt aber Spaß, ja wenn es euch auch gefallen hat meine lieben Zuschauer bitte bewertet das Video positiv schreibt neue Herausforderungen für uns in die Kommentare und wir sehen uns wieder das nächste Mal ich bin der Muni wir sind die Boon Crew und wir sind raus tschüss tschau tschau